Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 70 Euro bitte 7? Nein, 70 17, wow 17, das ist so viel 17 bitte Nein, 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 70 Euro 70 Hallo, Polizei Tschüss! Janna, ich möchte hier nicht sein. Hilfe? Nein, danke. Hallo? Grüß Gott, mein Name ist Hans Gröber. Hallo, mein Name ist Jana. Es freut mich. Hallo, ich bin Lucy. Es ist schön, zu mieten dich. Okay. Hier ist es. Schönes Haus. Hallo, ich bin Gerd Kude. Es freut mich. Oh, okay. Hallo, ich bin Helge. Matthias, es freut mich. Gut, gut. Hallo. Hallo, ich bin Gerd Kude. Hallo, ich bin Helge. Es freut mich. Hier sind deine Schlüssel. Ja, ja, ja. Tschüss. Sehen wir. Tschüssi. 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 Schusssäule über Zwischen combien aus Böj�uliski Oh, 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 oh. Hm, Hans. Ja? Wo soll ich den D.B. geben? Hm, es gibt viele verschiedene Materialien. So, du musst sie verriteln. Das Metall ist nicht schlecht, aber diese auch keine scheißen Sachen, so diese sind in der Biomus gesät. Wir sind sehr streng über das hier in Österreich. Okay. Ja. Und ich nehme auf die Innenseite auf dem Teeberg. Ja, das ist Biomus. Come on, you wirklich tun dies jedes Mal? Natürlich. Vielleicht Knödel? Hm, Knödel. Christgott, was möchten Sie essen? Ein Knödel, bitte. Knödel? Ja. Dankeschön. Rene? Ein typisches ostreichisches Knödel, bitte. So, das ist ein kleines Knödel? So, groß. Okay. Okay. Ha? Hallo, René. Heute war ich in der Stadt und ich habe dir ein gutes Fitnessstudio gesehen. Möchtest du da gehen? Ja, wir sollen etwas für unsere Gesundheit machen. Ja, definitiv. Es ist eine gute Idee. Also, wir sehen uns dort. Hu! 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 Hoost? Ja. Ja, das war gut. Okay, lasst uns gesund. Gemach. Hey, was ist die Adresse? Welches Adresse? Du hast die Adresse. Du hast die Adresse. Ich habe keine. Du musst die Adresse haben. Nein, du hast die Adresse. Nein, nein, nein. Hey Jungs, ich habe die Adresse. Oh. Ah, toll. Gemach. Die erste Party in Steyr. Hallo Hans. Hey, hey, hey. Wir sind hier für die Masi. Hallo. Was machen Sie hier? Es ist zehn nach zehn. Die Party ist schon lange kaputt. Es ist Nachtruhe schon. Was? Sollen wir gehen? Okay. So, Servus Hans. Ja. So, Servus Hans. Ja. So. So. 1, 2, 1, 2, 3, 4 Und werf mit Geld, als ob es Brot wäre Nur noch Kaviar, Champagner oder Shampoos Baby, ich hab für dir wirklich jeden Wunsch mit Handkost Frühstück in Paris und danach schocken auf Hawaii Und um das Ganze noch zu toppen, gehen wir shoppen in L.A. Also fass dir deine Zahl, du bist dir ein Denn am Wandel bist du mehr als an nur einem Ort daheim Mit meinem Babe in der Hand und nimm's safe an der Wand Können wir tun, was wir wollen und das Leben ist noch lang Also komm, Baby, bitte macht dir nie mehr Sorgen Und Geld, gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt Sie will Kreditkarten und meine Mietwagen Sie will Designerschuhe und davon ganz schön viel haben